Hallo und herzlich willkommen auf der Onze Hills, zusammen mit Bendodan. Hallo zusammen. Ja, es geht weiter in alter Frische. Weißt du, was mir letztens aufgefallen ist? Das muss ich mal kurz einwerfen. Wir sind mittlerweile bei über 180 Folgen. Das ist übel, gell? Das ist krass, ne? Und, ähm, ja... Das sind wir doch schon beim halben Jahr, oder? Wir sind bei, ja, einem guten halben Jahr. Ja. Wir haben ja direkt nach der FarmCon angefangen. Wenn man so nimmt, in einem halben Jahr ist schon wieder FarmCon. Ja, das wird die interessante FarmCon. Ja, bei Horsch. Das ist natürlich auch nochmal ein doppeltes Highlight, so, ne? Obwohl deine Anreise natürlich dann wahrscheinlich immens ist, oder? Ja, so 800 Kilometer oder sowas dürften das sein. Ja, dann hast du mal die Strecke, die ich letztens hatte nach Paderborn. Ja. Naja. Aber ich mach's gerne. Ich freu mich jetzt schon drauf. Ja, es wird da bestimmt interessant, vor allem, wenn man dann, wie gesagt, aus erster Hand Informationen bekommt. So einen neuen LS. Auf jeden Fall. Und... Ist er eigentlich mittlerweile angekündigt, offiziell? Na, ich sag mal so, ich glaub, wir können alle davon ausgehen, dass er kommt. Auch, dass er nächstes Jahr kommt. Aber ganz offiziell gibt's da die Ankündigung, schätze ich mal, in alter Gewohnheit, so E3. Sprich, irgendwann im April oder so. Ist aber krass, ne? Das wir uns jetzt schon wieder darüber unterhalten, wann der LS19 angekündigt wird. Ja, vor allem jetzt kommt ja, wie gesagt, wir müssen ja bald der erste Teaser kommen. Ja, aber das macht die ja auch immer zur E3, ne? Also auch April so. Aber trotzdem, das ist so heftig, find ich. Ich finde, der LS17 ist einfach gerade so voll da, sag ich mal. Mittlerweile wirklich geile DLCs mit Strohberg und so weiter. Das Giants eigene Add-On ist draußen. Und Mods mittlerweile gibt's, denke ich, auch eine ganz befriedigende Auswahl, ne? Ja, eigentlich steht alles so, ich sag mal, alles ist gerade voll dabei beim LS17 und jetzt kann man sich schon wieder fast Gedanken machen, wie geht's weiter. Ja, er steht halt im Saft jetzt, der LS. Ja, das ist jetzt eigentlich die geilste Zeit, so, ich sag mal, bis zum Sommer hin. Wobei man merkt natürlich auch immer, ich beobachte das ja quasi schon mit YouTube zusammen seit Jahren, wie sich immer so, dass das so immer so phasenweise ist. Das war jetzt eigentlich so, die Zeit meistens dann quasi das zweite Jahr vom LS zum Weihnachtsgeschäft hin, ist da meistens nochmal so die Phase, wo viele Leute sich dann, ja, die das Spiel gekauft haben, ein halbes Jahr gespielt haben, irgendwann nicht mehr so gespielt haben. Das ist so die Phase, wo zum Winter hin jetzt viele wieder zurückgekommen sind. Und das läuft dann meistens so Richtung Februar, März, merkt man dann wieder, dass die Leute ein bisschen eher wieder, weiß ich nicht, draußen sind oder halt nicht mehr so viele LS spielen. Ähm, und dann geht's halt so, ich sag mal, im Witz, wahrscheinlich so zur Farmcon losgehen, dass man einfach auf YouTube auch merkt, die Leute sind wieder geil darauf, was kommt als nächstes. Ähm, dass sie sich aufs nächste Spiel schon freuen. Verständlicherweise, ne? Ja, ich bin gespannt, was da die neuen großen Features werden. Ja. Ob wir tatsächlich vielleicht den Seasons sehen, ne? Also so eine Art Seasons. Das ist eigentlich, find ich, einer der größten Fragen. Obwohl, ich würde mir unbedingt sagen, dass das, ähm, dass das, ähm, wie soll ich sagen, dass das eine Frage ist, sondern ich denke eher, dass es schon definitiv feststeht. Oder meinst du vielleicht, ich sag mal, auf welche Weise, das ist vielleicht auch die Frage, ob die hingehen und das ganze Ding, ich sag mal, mit, ähm, den Moddern zusammen weiterentwickeln. Und vielleicht als Mod rausbringen, so wie sie ja beim LS-17 am Anfang sehr, sehr viele Skripte und hier diese Wheel-Module und so, ähm, rausgebracht haben. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass es so, so ein bisschen, ja, weil das ist halt echt immer so die Frage, wie viel Simulation, wie viel Mod kannst du einbauen, ohne die Arcade-Spieler zu verdrängen, so. Ja, das sollte halt ein, äh, einstellbar sein. Das ist halt wie die Sache mit, äh, anstatt die 4-Wheel-Module so rauszubringen, hätte ich mir eher gewünscht, dass die als Option ein- und ausschaltbar sind, wie dreimal flügen oder düngen. Ja, vielleicht wollten sie auch einfach so ein paar, in Ansprungstrichen, äh, Funktions-Mods, äh, ähm, und nicht nur Fahrzeuge und Anbaugeräte haben. Das kann ich mir auch vorstellen. Das Problem ist halt immer, äh, ich kenne halt sehr, sehr viele Spieler, oder ich weiß, dass es halt sehr, sehr viele LS-Spieler gibt, die ganz ohne Mods spielen. Weißt du, und wenn dann... Ja, ist halt gerade bei den Nintendo-Switch-Leuten, die haben ja wieso keine Chance, wenn man mal ehrlich ist. Nicht nur das, es gibt auch PC-Spieler, beispielsweise, ich kenne auch Eltern von, äh, von Zuschauern, ähm, die sagen, nee, mein, hier wird nichts extra installiert, das Spiel, alles okay, aber du lässt dir nichts im Internet runter. Ob es jetzt auf der Her-Entwickler-Seite ist oder sonst wo, was ich auch absolut verstehen kann. Und, ähm, es ist halt schwierig. Klar hat, äh, Giants mit dem Mordhaften wie eine super Plattform geschaffen, aber es gibt trotzdem halt immer noch sehr viele Spieler, die von Seite der Eltern oder aus eigener Verfolgung... Ja, das ist... Gerade bei den Eltern kriege ich das immer oft mit, du lädst dir irgendwas runter, ist das ein Virus? So, die erste Frage. Früher hat sich da keiner drum geschert und mittlerweile ist es halt so, oh, du lädst was runter. Okay, was lädst du denn überhaupt runter? Nein, ich möchte das nicht, weil, wie gesagt, die Medienlandschaft, ähm, sensibilisiert vor Viren ohne Ende zurzeit. Oder generell jetzt schon so die letzten Jahre. Und natürlich werden irgendwann da auch die Eltern dann aufmerksam... Aber ich find's interessant, also, ich lade mir ja wirklich quasi jeden Tag irgendwelche Dateien runter. Ich achte aber ein bisschen drauf, woher die kommen und ich hatte die letzten, ähm, Jahre nie Probleme mit Viren. Hm. Ja, gut, ich, ich hab, glaub ich, schon mal hier was eingefangen. Aber das war nicht für ein LS, das war was anderes. Da hab ich ein Angebot gesehen, das war zu schön und wahr zu sein. Aber da hat mich, äh, Kaspersky, Gott sei Dank, Krell... Ja, gut, dann gab's ja hier eine ganze Zeit lang diesen Bundestrojaner, ne, überweise, weiß ich nicht, wie viel Euro, damit der PC freigegeben wird. Was auch Quatsch ist, ne, ganz ehrlich. Ja, aber da müssen nur, ne, müssen nur eine Handvoll Leute machen, dann lohnt sich die Masche schon. Na klar. Und die andere Hälfte kauft sich wahrscheinlich am Ende einen neuen PC. Weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen müssen. Ja, viele haben ja auch das Schamgefühl, weißt du, die... Das fängst du ja, sag ich mal, in der Regel nicht ein, wenn du nur auf legalen Seiten unterwegs bist. Ja, gut, aber auch, ne, ich bin zum Beispiel auch vorsichtig, ist jetzt ja eigentlich auch eine seriöse Seite, in Anführungsstrichen. Sowas wie Chip Computer Build. Ähm. Aber da hast du meistens auch Mailware ohne Ende, ne, die ganzen Browser-Add-ons und so. Ich bin da eigentlich immer sehr, sehr vorsichtig. Und gerade, ich sag mal, so Sachen wie hier Open Office und sowas, die laden sich ja wirklich viele dann über Chip runter. Ja. Ähm, das mach ich zum Beispiel nie. Die hol ich mir immer direkt von den entsprechenden Anbietern. Weil da ist es meistens dann werbefrei. Gut, teilweise wollen die halt vielleicht Spenden haben oder so. Aber das kann man in der Regel bei so Sachen, bei so Fuebe auch wegklicken, dass man denen jetzt nicht unbedingt was spenden muss. Wenn man es gut findet, kann man den ja, weiß ich nicht, bisschen Paypal-Rest gut haben. Ja klar. Nur ich hatte jetzt vor kurzem beispielsweise den Fall gehabt, dass ich auf einer Seite, wo ich relativ viele Mods ziehe, weil die von dem Mod-Team bearbeitet werden, hatte ich jetzt von Kaspersky die Seite geblockt, weil irgendjemand oder ein paar User die Seite als korrupiert gemeldet haben. Also, wir haben bei Kaspersky gesagt, ja, die Seite, wo du hier die Mods runterlädst, so und so, die ist gesperrt. Oder da lädst du dir Schadsoftware runter mit den Mods und die hat mir dann Kaspersky gesperrt. Da musste ich extra ins Menü sagen, ja, ich vertraue der Seite und, und, und. Ja. Und das war, da weißt du, das sind auch schon so Sachen. Ist das jetzt fake? Wollen die der Seite schaden oder hat sich da wirklich jemand was eingefangen? Ja, das ist auch teilweise, glaube ich, die Leute, die dann misstrauisch sind, weiß ich nicht, die waren auf zig Seiten unterwegs und diese eine Seite, ähm, machen sie dann dafür verantwortlich. Ja, ja. Also, ich muss sagen, bei Mods hatte ich echt eigentlich noch nie Probleme und ich sag mal, gut, jetzt, ich denke mal, also, bei Mod-Hub kann man, denke ich, davon ausgehen, dass da keine Viren mit, äh, ja, mit transportiert werden über die Dateien, aber trotzdem. Ja, na gut, wir kennen ja die, die Entwickler, beziehungsweise. Ja, und Giants prüft ja die Mods im Mod-Hub auch wirklich nochmal und ich glaube nicht, dass die da irgendwie ein Risiko eingehen, was Viren angeht, weil kann man die natürlich dann danach auch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob sie das, ich hab die AGBs jetzt vom Mod-Hub nicht im Kopf, aber ich, äh, wäre da vorsichtig. Klar, also, wie gesagt, ich, wie, wie gesagt, wir kennen sie, nur, du kannst halt nicht aus, davon ausgehen, dass jeder gesetzliche Vertreter, äh, sich da so auskennt wie wir und da lieber sagt, nee, okay, Entwickler hin oder her, das ist nicht auf einer CD, du lädst nix runter, fertig. Ja, das ist ja auch der Grund, du merkst das hier wirklich, ähm, und ich finde, das ist auch ein Riesenproblem in der modernen Spieleindustrie, dass dieser Day-One-Patch, beziehungsweise Patchen, 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 bei den Leuten, die sagen, ich will das Spiel installieren, vielleicht akzeptieren sie einmal die Internetverbindung für die Installation zum Verifizieren, ne? Ja. Aber ganz viele wollen danach nichts mehr runterladen, das krieg ich immer wieder mit, und dann hast du das teilweise, ich sag mal, bei, gerade auch bei jüngeren Zuschauern, wo die Eltern dann noch viel die Hände drüber haben, hab ich das beim LS13 und 15 ganz oft erlebt, dass so, nach zwei Jahren LS15, da spielen die dann noch auf der ersten Version, die auf der CD ist. Version 1.0, ja. Ja, ohne die ganzen Patches. Und wundern sich dann, warum sie nicht joinen können im Multiplayer. Ja, genau, und haben dann halt massiv Probleme mit Multiplayer und so weiter, weil halt alle auf einer anderen Version sind. Aber das hat sich ja auch schon gebessert, ich glaub, man kann jetzt mittlerweile gar nicht mehr zusammenspielen. Nee, genau, du findest den Server gar nicht mehr. Ja, im LS15 war das, im LS13 war das eine Katastrophe. Da waren nämlich die ganzen Beta-Patches, die an sich schon schwierig waren, weil damals haben die ja dann in dem Multiplayer quasi nachträglich den Dedicated Server reingebaut. Und das war ja performancemäßig wie so schon alles instabil, hoch 10. Oder waren die Patches auch noch untereinander kompatibel und da kam ja gefühlt irgendwie alle paar Tage ein neuer Patch raus. Du musst es dann immer wirklich genau vor jeder Aufnahme gucken. Nicht, dass irgendjemand versehentlich abgedatet hat und nicht alle auf derselben Version waren. Dann gab es schon so Sachen, eine Pingschwankung im Tausenderbereich und so. Also wirklich richtig ordentliche Probleme. Ja, klar. Ja, aber mittlerweile ist das halt dadurch gefixt, dass die sagen, ja, nur die entsprechenden Versionen können zusammenspielen. Ja. Ja, ist auch besser so, auf jeden Fall. Aber ich kann sie, wie gesagt, da eindeutig, ich kann sie da verstehen. Aber man muss echt sagen, der LS ist so unkompliziert geworden über die Jahre. Im LS11 ein Multiplayer-Join. Selbst wenn du ohne Mods gespielt hast, war es schon ein Experiment. Im 13er lief halt vieles mit diesen Patches, die ihnen ja nicht gleich waren teilweise und so weiter, lief vieles drunter und drüber. Und das ist natürlich auch immer ein großes Problem für die Modder, denke ich, weil viele dann machen dann die Mods dafür verantwortlich. Ist ja wieso auch immer noch... Leute, ich kann es nur immer wieder sagen, wenn ihr gerne mit vielen Mods spielt und euch viel runterlädt, könnt ihr ruhig machen. Aber macht euch immer für einen Sprecherstand, für einen Server, immer einen eigenen Ordner. Weil ich sehe das so oft, dass du... Warte mal, Alt-R... Hm? Alt-R... So. Ähm... Dass es dadurch die dicksten Probleme gibt, wenn du einfach, ich sag mal, 10 GB irgendwelcher Schrottenmods, die du eh nie benutzt in der Mod-Ordner hast. Und irgendwas, irgendein Mod ist dann dabei, der quasi auf dieselben Dateien wahrscheinlich zugreift wie ein anderer. Und dann hast du nämlich die ganz großen Probleme, sag ich mal, dass nichts so läuft, wie es laufen soll. Und, ähm, ja. Ja, klar. Was ich mittlerweile auch anstrengend eher finde, ist die Tatsache, wenn du jetzt mehrere Projekte gleichzeitig machst, so wie wir jetzt, ähm, du spielst mit denselben Mods. Und es gibt aber von den Mods unterschiedliche Versionen. Also immer dieses... Ich mein, Mod-Hub ist da Fluch und Segen zugleich. Ja. Du kriegst zwar die Mods sehr, sehr einfach, nur die werden so oft geupdatet, bei irgendetwas immer. Und dann musst du immer so hinterher sein. Vorher hast du deinen Mod runtergeladen und den hast du dann gespielt. Fertig. Ich lasse mich dabei, ehrlich gesagt, gar nicht stressen. Ich denke mir mal, wenn der Mod läuft, dann läuft der. Ja, das Problem ist, der Stress kommt bei mir erst, beispielsweise Stappenbach, haben wir diese viele Mods, die wir auch hier haben. So, bei Stappenbach sind jetzt beispielsweise aber Mods schon aktueller, äh, als jetzt hier auf dem Projekt beispielsweise. Ja, aber du hast doch wahrscheinlich wie so für beides einen eigenen Ordner, oder? Ja, klar. Aber dann hab ich auch noch einen Ordner für die Mods, wo ich es aktuell halte. Und da kommt halt die, 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 äh, die große Frage, ja, was ist denn jetzt hier die aktuelle Version? Da musst du immer in den Mod reingehen und gucken, okay, welche Versionsnummer hab ich denn da? Das ist schon ein bisschen anstrengend. Ja, aber ich bin auch, ich bin bei Patches, ich mein, generell immer eine coole Sache, meistens bringen sie was. Aber ich hab halt aufgrund alter Erfahrungen mit Mods auch oft die Erfahrung gemacht. Das macht oft auch Sinn, einfach wenn was funktioniert, dann das einfach mal so zu lassen. Ja, das stimmt. Absolut, ja. Ja, ist jetzt, ist jetzt auch irgendwo, sag ich mal, eine sehr konservative Einstellung, ne? Aber ich hab lieber was Funktionierendes, was vielleicht irgendein kleines Feature noch nicht hat, als irgendein geiles Feature. Und auf einmal stellt man aber fest, Performance im Multiplayer geht gar nicht mehr. Hab ich alles schon erlebt. Und dann, dann ist man da so ein bisschen vorgeschädigt. Ja klar, du bist dann halt da skeptisch. Ja. Ja, aber im Endeffekt ist der LS-17, der LS-15, die sind so unkompliziert geworden, was so Mod-Verträglichkeiten anging. Im 13er war teilweise echt den falschen Drescher und du konntest deine Speicherstände vergessen. Es ging teilweise im Multiplayer dann mit den Beja-Badges so weit, dass du eigentlich direkt mal das Spiel neu installieren konntest bei bestimmten Fehlern. Ich hab mir irgendwann mal irgendeinen Mod geholt, keine Ahnung, was es war. Da hab ich gespeichert, hab den Speicherstand geöffnet. Alle Felder waren komplett blank. Okay. Ich konnte die Felder weder grubbern noch sonst was. Das war nervig. Das ist auf jeden Fall hier ein Fehler mit der Food-Density oder so, war das? Ja, ja. Der ist mir auch bekannt, ich weiß nur nicht mehr, wie man den fixt. Ich weiß aber auch immer noch, ich wusste damals nicht, welcher Mod das war. Und dann gehst du durch, dann hast du, keine Ahnung, 300 Mods in deinem Ordner. Ja. So, und dann startest du 300 Mal, wenn es schlecht läuft, das Spiel läuft. Deshalb auch immer nur die Mods in den Ordner packen, die man auch wirklich noch nutzt. Also, manchmal hat man ja auch so Sachen, die findet man, die packt man rein und entscheidet sich dann bei dem Kauf, aber doch für einen anderen Anhänger, als den Mod, den man reingepackt hat. Dann sollte man irgendwann auch hingehen und den löschen. Weil, wenn man den eh nicht benutzt, dann ist es halt ein potenzieller Fehler, ohne dass man was davon hat, ne? Ja, das stimmt. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich bin manchmal so jemand, ich hole mir dann Mods, wo ich denke, boah, die könnten mir gefallen. Dann hast du aber, keine Ahnung, von der Anhängergröße mit dem Volumina schon... Fünf Stück. ...17 oder so, ja. Und dann kurz dann doch nicht, aber trotzdem Hauptsache mal runtergeladen, weil man könnten ja gebrauchen. Ja, weil viele Sachen sehen ja auch geil aus, aber man brauchst sie halt nicht, ne? Ja. Gerade bei Modmaps, wie viele geile Modmaps es gibt, ohne Scheiß, aber wenn du dir einmal eine gefunden hast, die dir gut gefällt, dann spielst du die erst mal ein paar Monate. Da bringt dir das nichts, dass alle drei Tage eine neue, gute Modmap rauskommt. Das stimmt, ja, das habe ich jetzt. Muss man ja auch nochmal so ein bisschen unterteilen. Es gibt, finde ich, gute und sehr, sehr geile. Ja, ja, stimmt. Ich habe mich jetzt mittlerweile ein bisschen festgefahren in den, was heißt nicht festgefahren, sondern absichtlich dazu entschieden, die Maps zu spielen, die wir jetzt aktuell spielen, obwohl wir auf der Stappenbach so ein bisschen langsam im Aufbruch schon wieder sind, habe ich gemerkt. Ja, irgendwann, gerade wenn du mit vielen Leuten spielst, dann nimmst du so eine Map halt auch wirklich durch. Aber zum Beispiel hier, unsere Hills, finde ich jetzt, können wir echt noch lange machen, von der Karte her. Ja, wir haben ja noch nicht alles. Ja. Und vor allen Dingen kriegst du auch nicht so die Spielstunden drauf, hier zum großen Multiplayer. Aber Spielstunden ist ein gutes Thema, denn wir sind für heute durch mit unserer Folge. Schreibt mal eure Meinung so zum Thema Mods downloaden. Gut, ich denke mal, die meisten werden auf jeden Fall Mods geil finden, aber wie ihr das so handhabt mit der Menge an Mods, wie ihr da so vielleicht mit Fehlern umgeht. Naja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ja, ciao.